Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es um die Nacht der wilden Jagd. Und los geht's. Die Nacht der wilden Jagd. Odin als Windgott reitet auf seinem Ross Sleipnir über den Himmel. Schneller als und auf dem Wind. Basierend hierauf heißt es im altnordischen Rätsel, Wer sind jene beiden, die reiten zum Ting? Drei Augen, die sehen, ziehen beide selbald. Nur ein Schweif zu zählen, so ziehen sie durchs Land. Da angenommen wurde, dass die Geister der Toten auf den Schwingen des Sturms davongetragen würden, wurde Odin als der Herr aller körperlosen Geister gesehen. Wie wir es aus der Äder wissen, suchte sich Odin die Hälfte der im Kampf tapfer gestorbenen Krieger aus und nahm sie mit zu sich nach Valhalla. Die andere Hälfte beanspruchte die Herrin der Walküren, Freyja, für sich und brachte sie nach Volkwang. Doch zurück zum Göttervater. Odin war wie gesagt der Gott des Windes, wurde aber auch der Sturmreiter, der Totengott oder der wilde Jäger genannt. Hörten die Menschen ein Sturm tosen und heulen, glaubten sie zu hören, wie der Anführer der wilden Jagd, Odin, gefolgt von einer gewaltigen Horde der toten Krieger auf ihren schnaubenden Rössern und gefolgt von Hunden und Wölfen über den Himmel jagte. Der Begriff wilde Jagd wurde übrigens im Jahr 1835 durch einen bekannten deutschen Schreiber geprägt, nämlich Jakob Grimm. Vorher war sie auch als Odins Jagd, Wodins Jagd, Gabriels Hunde, Asgards Raja, die Grollende Schar oder Asgardia bekannt. Auch in der Schweiz und in Schwaben wird Bezug zu Wotan bzw. Odin im Namen Vytisir mit zahlreichen Abwandlungen deutlich. In den Vom Frühmittelalter bis hinein ins 19. Jahrhundert war die wilde Jagd eine in vielen Teilen Europas verbreitete Volkssage, die sich zumeist auf eine Gruppe von übernatürlichen Jägern bezieht, die über den Himmel jagen. Die Sichtung der Jagd konnte je nach Region verschiedene Folgen haben. Zwar war die wilde Jagd den Menschen nicht böse gesonnen, doch sie galt als Vorbote für Katastrophen wie Kriege, Dürren oder Krankheiten. Sie konnte auch auf den Tod desjenigen verweisen, der ihr Zeuge wurde. Zudem gibt es auch Versionen, in denen Zeugen Teil der Jagd wurden oder die Seele von Schlafenden mitgezogen wurde, um an der Jagd teilzunehmen, bis man sie befreite. Da der Wind im Herbst und Winter am kräftigsten war, nahm man an, dass Odin in dieser Zeit am liebsten mit der wilden Jagd über den Himmel zog, besonders in den Rauhnächten. Weiter hieß es, erblickte man die wilde Jagd und verspottete sie, so starb man augenblicklich, und der Geist wurde von den am Firmament verschwindenden Reitern mitgerissen. Erblickte man sie und warf sich ehrfürchtig vor dem Allvater und der wilden Jagd auf die Knie, so konnte es sein, dass die wilde Jagd einem den Knochen eines Schattenrosses zuwarf, welche man behütet aufbewahren musste, sodass er zu einem Klumpen Gold werden konnte. Um zu verhindern, dass die wilde Jagd über den Himmel ritt, stellten die Menschen damals ihre Stiefel vor die Tür und füllten sie mit Stroh, sodass dies von Sleipnir gefressen werden konnte und Odin sich dafür entschied, nicht mit der Jagd über dieses Dorf zu ziehen. Mancherorts stellte man auch Bier oder Honigwein und Essen vor die Tür, dass auch die wilden Jäger davon essen konnten. Denn doppelte Bestechung schien besser zu sein, und wenn es dem Sturmreiter gefiel, so legte er ein kleines Dankeschön in den Stiefel. Na, wem stellt man in der Weihnachtsnacht Milch und Kekse bereit? Warum stellt man seine Stiefel vor die Tür oder hängt Socken an den Kamin? In der Nacht der wilden Jagd sattelt Odin seinen grauen Hengst und reitet voraus. Also stellt schnell eure Stiefel vor die Tür und opfert dem Windreiter etwas Stroh und eine Kleinigkeit zu essen. Sonst hört ihr die wilde Jagd in den nächsten Nächten vielleicht auch auf euren Lächern. Und das hier als kleiner Bonus. Die Vorreiter der wilden Jagd riefen laut einer Legende Ho 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 aus dem Weg herunter vom Weg, damit niemand geschändet wird. Ho Ho Ho. Es gibt noch viel mehr Wissenwertes über die wilde Jagd, vor allem in ihrer Entwicklung über die Jahrhunderte und ihre Mitglieder, wie zum Beispiel Frau Holle und diverse mittelalterliche verfluchte Persönlichkeiten. Doch das sprengt den Rahmen hier jetzt leider. Und unser nächstes Video widmet sich der Nacht des Manni und der Dunkelheit. Also bleibt dran und freut euch auf das dritte Video unserer Reihe über heidnische Feste und Traditionen und Sagen. Bis demnächst. Dieses Video entstand in der Zusammenarbeit mit einem Freund. Er hat mir die Texte geschrieben und ich nehme sie hier auf. Seine Instagram-Seite verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung.